Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Out of Map und On Top of Map Glitch zeigen. Der ist richtig neu und auch cool. Was ihr dafür machen müsst ist, ihr müsst den Boss zuerst mal töten, also das Easter Egg abschliessen. Und dann muss sich jemand in dieser Landekapsel da, muss sich jemand töten. Und währenddessen er tot ist, müsst ihr springen und ihn wiederbeleben. Also das heißt, springen, wiederbeleben und während dem Wiederbeleben packt es euch so ein bisschen hoch. Und wie ihr jetzt seht, war ich in dieser Kapsel drin, aber das hat damit zu tun, ich habe zu früh wiederbelebt. Ihr müsst wirklich schauen, dass ihr nicht gleich am Anfang, wenn ihr einsteigt, den Kollegen wiederbelebt. Ihr müsst etwa so 2-3 Sekunden warten, wenn die Tür zu geht, müsst ihr noch etwa 2-3 Sekunden warten. Erst dann springen und dann wiederbeleben. Erst dann packt es euch Out of Map. So wie ich es gemacht habe, packt es euch wieder zurück in den Zeppelin. Und dann könnt ihr nichts mehr machen, ausser zu sterben, wenn ihr Handgranaten oder was auch immer dabei habt. Ich zeige euch hier noch einen eingeblendeten Screenshot. Und darauf kann man erkennen, dass ich wirklich ganz weit von der Map weg war. Und es war wirklich scheiße, da in dieser Kapsel zu sein, weil man kann wirklich nichts machen. Und wie man hier noch im Video sieht, bin ich dann da noch unten durchgegangen und habe ein bisschen rausgezoomt. Und wie man sieht, sieht man da oben die Boss Area und wie ihr seht, da unten noch diese Landekapsel. Und man ist wirklich richtig Out of Map und man kann nichts mehr sehen. Obwohl man eigentlich im Zeppelin oben sein müsste, ist man da in dieser Raumkapsel und ganz weit unter der Map. Obwohl der Zeppelin oben ist, ist man unter der Map. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.